Ja, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute sprechen wir über das Thema selektiver Mutismus beziehungsweise das Nicht-Sprechen-Können-in-bestimmten-sozialen-Situationen und den Link von selektiven Mutismus zur Autismus-Spektrumsstörung. Ja, auf dieses Thema komme ich, weil ich unter einem meiner letzten Videos zum Thema Autismus und sprachlichen Besonderheiten. Menschen im Autismus-Spektrum weisen ja in aller Regel eine ganze Reihe von sprachlichen Besonderheiten auf, auch ganz kurz über das Thema Mutismus beziehungsweise den selektiven Mutismus gesprochen habe und doch sehr viele Kommentare erhalten haben von Nutzern, von Zuschauern, die sagen, Ja, ich selber habe die Diagnose auf Autismus und ich kann mich mit dem Thema selektiver Mutismus sehr identifizieren beziehungsweise hatte in meinen früheren Jahren oder vielleicht auch heute noch selbst das Problem von selektivem Mutismus. Ja, und es gab natürlich auch einige kritische Kommentare. Einen dieser kritischen Kommentare blende ich hier ein, dass also klargestellt wird, nein, nein, nur weil jemand insbesondere mit Autismus-Spektrumsstörung in einer sozialen Situation nicht sprechen möchte, dann ist das noch kein Mutismus. Menschen mit Mutismus beziehungsweise selektiven Mutismus könnten in sozialen Situationen nicht sprechen und das sei etwas ganz anderes. Ja, genau aus diesen Gründen, auch um auf solch kritische Kommentare hier einmal einzugehen, mache ich jetzt dieses gesonderte Video zum Thema selektiver Mutismus. Ja, ganz so ein Recht hat der Kommentarschreiber nicht, das möchte ich hier ganz klar sagen. Denn der selektive Mutismus ist im ICD-11 klassifiziert unter den sogenannten Angststörungen beziehungsweise angstbedingten Störungen. Im ICD-11 heißt es dazu als Definition selektiver Mutismus, konsequente Selektivität beim Sprechen, sodass ein Kind in bestimmten sozialen Situationen, typischerweise zu Hause, angemessene Sprachkompetenzen zeigt, in anderen Situationen, typischerweise in der Schule, jedoch konsequent nicht in der Lage ist zu sprechen. Ja, und die Wahrscheinlichkeit, dass selektiver Mutismus auftritt, ist vor allen Dingen in den frühen Kinderjahren gegeben. Das heißt, man sagt typischerweise so im Alter bis zu fünf Jahren, aber auch in der Umbruchphase, wo natürlich die sozialen Anforderungen von außen noch einmal deutlich erhöht werden. Wenn man dann zum Beispiel in die Grundschule kommt, können auch diese Probleme von selektivem Mutismus auftreten. Die Störungsdauer beträgt bei den meisten Kindern um die acht Jahre und neigt dann dazu, sich zum Erwachsenenalter hin zu verflüchtigen. Aber es gibt ganz klar auch erwachsene Menschen, die immer noch Symptome oder Restsymptome von selektivem Mutismus aufweisen. Ja, dabei ist die Wahrscheinlichkeit, selektiven Mutismus zu haben. Ich versuche in diesem Video bewusst die Formulierung, daran zu leiden oder daran erkrankt zu sein. Insbesondere diese Formulierung, an selektivem Mutismus erkrankt zu sein, scheint mir nicht ganz angemessen. Das ist also die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen dieses Attribut, diese Eigenschaft haben, ist erhöht, wenn auch andere Menschen in der Familie bereits selektiven Mutismus aufweisen. Oder wenn zum Beispiel die Eltern sehr introvertiert sind. Und in diesem Zusammenhang geht man auch davon aus, dass die Neigung zu selektiven Mutismus eine, ja, durch gewisse genetische Faktoren begünstigt wird. Durch bestimmte angeborene Eigenschaften wie grundsätzliche oder, ja, vorherrschende Introvertiertheit, eine grundsätzliche Neigung dazu, ein ängstlicher, schüchterner Charakter zu sein, dass eben dann dieser selektive Mutismus dadurch begünstigt wird. Wichtig ist es zu verstehen. Das ist natürlich, und da sind wir jetzt wieder bei den Autismus-Spektrum-Störungen, welche ja auf meinem YouTube-Kanal schwerpunktmäßig besprochen werden. Ich selber habe die Diagnose auf das sogenannte Asperger-Syndrom, beziehungsweise, ja, bin somit ein diagnostizierter Autist und leite auch seit vielen, vielen Jahren, beziehungsweise Jahrzehnten eine Selbsthilfegruppe für autistische Erwachsene und durfte in diesem Zusammenhang auch schon mehrfach auch erwachsenen Menschen mit selektivem Mutismus kennenlernen, durfte diesen begegnen. Ganz wichtig ist es zu verstehen, dass der selektive Mutismus nicht exklusiv bei Autismus auftritt. Das heißt, es gibt auch Personen ohne Autismus-Spektrum-Störungen, die selektiven Mutismus zeigen, die über dieses Attribut verfügen. Man weiß aber ganz, ganz klar, dass bei Menschen mit Autismus selektiver Mutismus häufiger vorkommt. Ja, und dazu heißt es vielleicht erstmal so als kleine Abgrenzung im ICD-11, ich zitiere hier von mir ins Deutsche aus der internationalen Fassung des ICD-11, also von der englischen Sprache von mir ins Deutsche übersetzt, da heißt es im ICD-11, die Grenze zu den Autismus-Spektrum-Störungen und Störungen der intellektuellen Entwicklung, Doppelpunkt, einige Personen mit Autismus-Spektrum-Störungen oder Störungen der intellektuellen Entwicklung weisen Beeinträchtigungen in Sprache und sozialer Kommunikation auf. Naja, da haben wir ja schon in meinem älteren bzw. jetzt kürzlich veröffentlichten Video gesondert drüber gesprochen. Anders als beim selektiven Mutismus sind Sprach- und Kommunikationsbeeinträchtigungen bei Autismus-Spektrum-Störungen und Störungen der intellektuellen Entwicklung jedoch in allen Umgebungen und allen sozialen Situationen erkennbar. Okay, das muss man hier erst einmal abgrenzend verstehen. Die typischen mit Autismus, die also wirklich auf den Autismus selber zurückgehen, die wirklich zu den Symptomen von Autismus direkt gehören, diese Symptome zeigen sich in allen Situationen. Während der selektive Mutismus, der eine Komorbidität, das heißt eine Begleitstörung und zwar eine häufigere Begleitstörung von Autismus darstellt, sich eben nicht in allen sozialen Situationen zeigt. Das haben wir am Anfang des Videos ja schon gehört. Zu Hause in dem vertrauten Umfeld, also ein Umfeld, das keine Angst auslöst, das keinen Stress auslöst, sind die Sprachfähigkeiten völlig unbeeinträchtigt bei dem selektiven Mutismus und dann aber wieder in anderen Settings, typischerweise der Schule, wie es im ICD-11 genannt wird, findet dieser selektive Mutismus statt. Ja, aber es ist natürlich ganz, ganz klar, dass ja mit den Autismus-Spektrum-Störungen neben den ohnehin schon auftretenden sprachlichen Besonderheiten ja natürlich auch die typischen mit Autismus vergesellschafteten Kernsymptome der Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion und Kommunikation auftreten. Das sind autistische Kernsymptome. Ja, und Menschen im Autismus-Spektrum haben häufig auch ganz große Probleme, ihren Gegenüber zu verstehen, soziale Situationen nachzuvollziehen, sind hier häufig überfordert, wissen häufig nicht, wie sollen sie reagieren, haben Schwierigkeiten, sich in andere Menschen hineinzuversetzen, Absichten zu erkennen, etc. pp. Ja, das wissen sowieso alle meine Stammzuschauer, die hier schon länger dabei sind und die vielleicht auch selbst die Diagnose auf Autismus haben. Und der Link zwischen selektivem Mutismus und den Autismus-Spektrum-Störungen ist natürlich, dass diese Schwierigkeiten, was das soziale Miteinander anbelangt bei Autismus, natürlich Angst auslösen kann, natürlich zu Überforderung führen kann und deswegen natürlich selektiver Mutismus als komorbide Erkrankung auch häufiger bei Menschen mit Autismus vorkommt. Das ist hier ganz wichtig zu verstehen. Das ist der Link zwischen Mutismus und den Autismus-Spektrum-Störungen. Ja, vielleicht zum Ende dieses Videos noch ein, zwei Sätze und ganz, ganz grob zu den therapeutischen Interventionen hinsichtlich des selektiven Autismus. Hier sagt man ganz allgemein, dass verhaltenstherapeutische Interventionen helfen können und es sollte vor allen Dingen ganz, ganz ein großes Augenmerk hier gelegt werden auf eine vertrauensvolle und natürlich nicht noch zusätzlich angstauslösende Beziehung zwischen Kind oder Erwachsenen zum Therapeuten. Das ist ganz wichtig. Das sollte natürlich grundsätzlich bei allen therapeutischen Beziehungen gegeben sein. Aber hier beim selektiven Mutismus ist es natürlich noch viel, viel wichtiger. Okay, ich würde auch, da sich immer wieder gezeigt hat, dass doch recht viele Leute, die früher das Attribut selektiven Mutismus gehabt haben oder auch heute noch haben, es gibt auch viele Zuschauer, die mir schreiben unter meinen Videos und sagen, yo, ich habe den selektiven Mutismus, ich schaue deinen Kanal, ich schreibe dir jetzt. Schreibt bitte gerne auch unter dieses Video und teilt eure persönlichen Erfahrungen. Wenn ihr mögt, natürlich gerne auch eure Innenansichten und helft auch so natürlich über das Thema selektiver Mutismus aufzuklären. Das könnt dann ihr in diesem Fall sehr viel besser als ich, der zwar die Diagnose auf Autismus mehrfach erhalten hat und da auch diversen sozialen Struggle durch hat, der aber, ja, Gott sei Dank, muss ich sagen, nie das Problem gehabt habe, das Attribut selektiven Mutismus zusätzlich aufzuweisen. Ja, draußen fahren Krankenwagen und Polizei vorbei. Ihr hört es, das ist, oder das nehme ich einfach mal als ein Zeichen, dass das Video an dieser Stelle dann meiner Seite zumindestens auch vorbei ist. Ich bedanke mich bei allen, die dieses Video bis hierhin geschaut haben. Wenn euch solche Videos zum Thema insbesondere Autismus interessieren und ihr euch, ihr noch nicht abonniert habt, ihr ganz neu auf diesem Kanal seid, werdet von Herzen gerne, ja, abonniert gerne diesen Kanal. Und wenn ihr mich und dieses ganze YouTube-Projekt unterstützen möchtet, werdet von Herzen gerne auch Kanalmitglied. Ja, haltet die Ohren steif, lasst es euch gut gehen. Ich hoffe doch, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Tom.